Die Schweiz zahlt dir einen unglaublichen Betrag, wenn du dort hinziehst. Das Schweizer Dorf Albinen hat mit einer schrumpfenden Jugendbevölkerung zu kämpfen und bietet daher einen Anreiz von 60.000 Euro für neue Einwohner, die sich dort niederlassen. Und wenn du Kinder hast, erhältst du für jedes Kind einen Bonus von 10.000 Euro. Solange du jünger als 45 bist und dich verpflichten kannst, mindestens 10 Jahre dort zu leben, bist du qualifiziert. Viele andere Länder machen das Gleiche und sie sind alle wunderschön. Presice in Italien bietet 30.000 Euro, wenn du ein Haus kaufst und dich dort niederlässt und die Häuser kosten um die 25.000 Euro. In Antikytera in Griechenland bekommst du einen monatlichen Zuschuss von 500 Euro für den Umzug. Folgt für mehr interessante Videos.